moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ja letzte folge haben wir endlich geschafft uns dieses bett hier zu bauen was übelst bequem aussieht mittlerweile sind wir auch hier rübergezogen in diese unfertige ding hier was auch immer das ist also soll ja irgendwann eine festung werden der richtige mal hier zu sie wird vorschlagen wir legen uns mal innen wenn wir ja nicht das ist ja dann müssen wir wohl runter ich verstehe nicht dass man nachts nicht pennen kann haben wir noch irgendwas am fleisch ja wir haben noch zwei hasen wenn wir eben noch was schnell fressen hier sobald der hase fertig ist können wir darüber schippen und ich würde sagen diese folge machen wir noch ein bisschen was am bau hier fertig damit noch mal ein bisschen holz und ja hasen ist fertig in der wenn wir auch endlich mal wieder weiter darüber schippen will das ding da oben auf jeden fall fertig haben und müsste auch bald langsam wieder tag werden wohl eher weniger der mond ist ja noch ganz oben und wohl doch noch ein weichen dauern bis der tag wieder anfängt wirklich ja hat eine coole idee ich spiele wieder das hier ab ich spiele wieder das hier ab Die Musik ist einfach nur geil. Nur die Losfahrten. Naja. Gibt's Besseres. Aber wo ist der Mond? Der war noch am Tuten. Moment, wo ist der da auch noch nicht? So, wir müssen auch noch da hinten hin, weil da gibt's halt noch ein bisschen mehr Bäume für uns zu sammeln. Das hier vorne, hier sind die noch nicht wirklich nachgewachsen. Kürtkürten. Kürtkürten. Na, war das schön, wieder mal zu hören. So, warte mal. Dann gehen wir mal wieder auch da drauf. So, dann ist die Frage, wo ist denn jetzt der Mond? Und da oben. Habe ich den gesammelt? Habe ich den erwischt? Ja, den haben wir erwischt. Kein Snack für zwischendurch. Möglichst die Nacht hier, hier, äh, spenden. Das ist halt irgendwie hier verstreichen lassen. So, hier haben wir ja auch noch so einen. Den müssen wir auch noch irgendwie vollkriegen. Komm. 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 Komm schon. Ja. Haben wir's geschafft. So. Und dann müssen wir jetzt hier anlegen. So. Und so. Äh. Äh. So. So. jetzt nicht der kipp schon mal in die richtung das heißt die rollen dann alle schuhe zum boot ich hab da was gehört ich habe gerade ein bisschen schiss gehabt gerade jetzt im dunkeln immerhin kommen die baumstimme zu uns runter so wird es langsam hell hätte jetzt gerne wieder den tag ja ich möchte der mond sieht schon langsam runter in dem wickel sieht man seht ihr das da links da brennt irgendwas ich glaube nicht dass es ein stern ist oder so das ist ein stern ja so ein moment so da bin ich wieder musste eben kurzen anruf entgegen nehmen das wichtig war also jetzt schreibt die mir auch nochmal also so fall um ja und so klettergegammelt nice ich höre da andauernd was hier ist eigentlich gut was bäume angeht so die rollen mir mal entgegen nein müssen die ausgerechnet jetzt kommen diese wichser so so wie viele sind das? vier juhu ein wohnung mein holz rollt da weg ne waren sogar fünf ich hoffe die hauen ab ne die kommen wieder die alter ich hab keinen bock auf die jetzt für mein holz sammeln push okay kann ich jetzt in Ruhe dahin okay die sind mir jetzt nicht noch mal entgegengekommen ich sehe die jetzt auch gar nicht mehr wieder einmal kurz weg so da bin ich wieder meiner Freundin ist momentan ein bisschen stress bisschen drama deswegen bin ich seit gerade irgendwie immer mal wieder die aufnahmen pausieren ja ich hoffe das macht euch auch nichts aus dass es hier hin und wieder so kleine katz gibt es eine schnitte kurzgedate dreh ist sei ein ureinwohner aber für den fall sollte es ganz schlimm werden unterbreche ich dann die aufnahme und bin dann erst mal bisschen später wieder richtig am start dann werde ich diese folge hier an die nächste dran heften dann wird die nächste wahrscheinlich so eine etwas längere folge so und jetzt muss ich wieder ganz kurz unterbrechen so und da bin ich wieder wird schlimm diese aufnahme heute was das angeht dann wird es zeit dass ich mir was zu essen mache denn wie ihr unten rechts sehen könnt bin ich schon hungrig ja und ja und da unten kommt krater so und jub dann und dann bilden wir uns erstmal noch einen schönen hasen hi bambi du bist bald auch dran so Hase ja die Baumstimme kommen komm schon Hase komm schon Hase komm schon Hase jetzt fertig ja fertig ja hab ich sie gesehen? außer lu- nein hab ich sie gesehen? ja ja so den haben wir auch voll wo stecker nehmen wir mit wo man sich jetzt gerade keine in der nähe will ich auch hoffen dass so ein weichen bleibt kommt trifft ihn doch und den hier auch noch komm schon ja ja wohin fallen die das war jetzt miese ich werde das nächste mal genau überlegen wo ich runterspringe das war jetzt echt dumm hallo bambi diesen holz brauchen wir noch aber ich bin es gut wie schnell dieses mal unser boot voll wird ich muss schon sagen jetzt habe ich auch so sehen wieder das wäre echt doof gewesen hätte ich jetzt noch mal ein bisschen was am leben verloren weil ich so schlau war darunter zu springen bin ja auch ein genius so den baum stamm und den da nehmen wir noch mit und dann müsste das alles reichen komm ja nein hält der genau auf mich sieht aus als würde es sogar passen von der menge her dass wir dann gleich direkt losfahren können noch sieben zwei drei vier fünf sechs okay sechs baum stämme statt sieben ich will den stein nicht da können wir eben einmal oben gucken ob wir vielleicht noch im baum stamm irgendwo liegen gelassen haben eben ganz schnell schauen ja kann ja sein dass wir irgendwo eins vergessen haben bist du ein baum stamm anscheinend nicht du bist auch kein baum stamm du bist ein baum stamm okay aber das war es wert okay dann fahren wir los wir durch haben wir auch schon wieder dann ab nach hause das ist ein weiter weg bis dahinten hin aber man sieht da schon was am horizont und weil sie fliegen aber naja immerhin ich meine ist unsere festung da nicht zu übersehen und wir nehmen ein paar schildkröten mit weil sie wollte euch den ureinwohnern stellen ich nehme mit die werden sich zwar den ureinwohnern stellen so aber wir wissen ganz genau diesen kampf verlieren sie so lege ich mal zwei hin dann können wir uns noch mal eine schildkröte gönnen ja ist ein geiler spot für schildkröten wirklich da können wir nicht überspringen also müssen wir hier um jetzt müssen langsam fertig werden ja am leben lädt sich jetzt auch wieder auf zum glück dann können wir auch weiter schippern so 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 ja und da hinten ist es schon nur ein weiter weg mit diesem bloß müsste mir eigentlich mal so ein hausboot holen oder bauen besser gesagt ich glaube würde am meisten sinn machen so ein hausboot und ich bin auch sofort wieder da und da bin ich jetzt sind die wieder wird heute eine schwierige aufnahme also werde ich gleich dann die aufnahme beenden und ja aber wie ich es gerade sehe die aufnahme wird reichen für eine komplette folge also machen wir das da eben jetzt zu ende und dann beenden wir das leute finde ich schade aber naja manchmal geht das halt nicht anders schneider paddeln kann ich irgendwie gar nicht das ist gerade irgendwie aber er will nicht so und dann werden wir hoch und da und los dann sehen wir auch endlich wie das dann hier oben der raum langsam wirkt haben ja diesmal mehr als genug holz und da arbeiten wir uns stück für stück dran so da schon die falle in die luke in diese lücke dazwischen das wäre echt bitter gewesen zwei holz werden verloren gegangen eben ganz kurz aufladen die muss auch hier energie ein bisschen nachdanken so und der ist fertig nice so und sagen wie Vielen Dank. Vielen Dank. Wir dürfen erstmal noch ein Weichen hin und her rennen. Aber immerhin haben wir gleich das hier größtenteils auch fertig, diesen Raum. Dann gönnen wir uns eben nochmal eine Schildkröte. Ja. Und noch ein Schluck Wasser. Dann müsste es auch gleich fertig sein, wenn wir mit dem Holz wiederkommen. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ja. Das sah interessant aus. So, Entschuldigung, ich musste ganz kurz husten. Aber hab dafür... Wollte schon sagen, ist da ein Fenster? Fenster brauchen wir da nicht. So, aber es wird dunkel. Und Leben haben wir auch wieder zum Glück voll. Komm schon. Komm schon. Dann hätte ich vielleicht mit den Außenwänden anfangen sollen. Dann hätte ich einfach so straight durchlaufen können und so. Müsste nicht darauf achten, dass ich die Wände hier ausweiche. Egal, blau wird man eh immer im Nachhinein. Egal, diesen Raum mache ich eben noch fertig. Und dann beginne ich mit dem Außenwänden. Jetzt stecke ich da fest. So. Und so. 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 . So. 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 12 Mal müssen wir noch hin und her rennen. Und jetzt nur noch 10 Mal rennen, weil wir das abgeliefert haben und natürlich wieder ausgepowert. So, die Wand haben wir jetzt auch fertig, beziehungsweise den Raum, hier, beziehungsweise auch nicht ganz, hier ist ja noch ein Stück von der, aber ich würde sagen, den Rest machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, dabei wart, wir legen uns eben noch ein bisschen schlafen hier, so, Z, so, jetzt haben wir es wieder hält und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ciao! Jawohl! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020